Dringend. Ist Sioane in Gladbach bedroht? Sehen Sie, was passieren könnte. Inmitten einer schwierigen Phase muss Trainer Gerardo Sioane den Abwärtstrend von Gladbach so schnell wie möglich stoppen. Die rund 3.500 Fans, die mit ihnen nach Leipzig gereist sind, verzichteten nach dem tragischen Tod eines Mitglieds der Ultraszene bei einem Verkehrsunfall am Freitag auf ihre gewohnte Unterstützung. Selbst ohne dieses tragische Ereignis hätten die Fans nach der 2-0-Niederlage wenig Grund zur Freude gehabt. Borussia blieb im fünften Spiel der Rückrunde sieglos und erzielte nur zwei Tore. In Leipzig gab es keinen einzigen Torschuss auf das Tor. Da Mainz erneut gegen Augsburg gewann, 1-0, fielen die Fohlen auf den letzten Platz der Rückrundentabelle zurück. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz, den der Rhein-Rivale Köln einnimmt, beträgt immer noch 6 Punkte und 7 Punkte vor Mainz auf Platz 17. Aber in den nächsten drei Wochen stehen direkte Duelle gegen die Rivalen Bochum, Mainz und Köln an. Kapitän Julian Weigl bleibt trotz des Sieglosrekords kämpferisch. Wir haben jetzt drei extrem wichtige Spiele vor uns. Gegen Teams, die ebenfalls unten stehen. Das sind wichtige Wochen. Es liegt an uns, uns von unten abzusetzen. Auch der Sportdirektor Nils Schmattke bleibt optimistisch. Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Bundesliga gespielt und gute Ansätze gezeigt. Wir müssen das ausbauen, dann kommen die Punkte. Auch Trainer Gerardo Sioane äußerte sich und nannte die Punkte, die in den kommenden Wochen geändert werden müssen, wir lassen uns nicht hängen. Aber es gibt Punkte, die wir unbedingt verbessern müssen und von der Mannschaft einfordern werden. Wir müssen uns auch mit dem Ball gegen den Gegner behaupten und mehr Kreativität und Bewegung zeigen. Derzeit sehe ich Sioane nicht in Gefahr, seinen Posten als Trainer von Gladbach zu verlieren. Wenn die negativen Ergebnisse jedoch anhalten, könnte die Bedrohung bald aufkommen. Was denken Sie? Ist Sioane in seiner Position gefährdet? Kommentieren Sie unten. Na dann. 하다